Hey Leute! Willkommen zu einem weiteren Rocket Video, das letzte übrigens vor der Skat Europameisterschaft. Das heißt, ich sage es gleich, die nächsten zwei Wochen bin ich nicht da, da ist Pause. Das habe ich mir hoffentlich verdient, aber jetzt will ich natürlich noch mal schauen, was heute Abend hier los ist. Ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen die Konzentration hochzuheben. War mit meinem letzten Auftritt irgendwie nicht ganz zufrieden, obwohl das eine oder andere sicher auch nur unglücklich aussah. Aber heute habe ich mir jetzt vorgenommen, ein wenig mehr Konzentration und ein wenig weniger Sprechen dabei. Also wollen wir mal gucken, ob das klappt. So, nebenbei natürlich gleich mal die erste Karte hochgezogen in Mittelhand bis 24. Okay, ist ein Spiel, das ist auf jeden Fall schon ein Tick weit teuer. Korone 3 kann funktionieren, muss es nicht. Kommt sehr darauf an, ob ich die Kreuz 10 nach Hause bekomme. So, Kreuz hätte ich natürlich lieber gesehen, aber Pik erst zu stechen ist natürlich besser als erstmal nur Kleinkram in Pik. So, wechselt die Farbe. Okay, hat 4 Trumpf dagegen, auch okay. Nee. Oh, als Spieler 1 die 4 Trumpf und will jetzt so von oben ziehen, oder was? Ist ja auch ungewöhnlich vorgetragen. Nee, Trumpf steht 3-3. Ja, das sieht doch schon soweit erstmal gut aus. Den Stechen, jetzt hoffen, dass ich Herz König kriege. Ansonsten Herz wieder raus. Nee. Krieg Herz König, damit schon gewonnen, obwohl ich jetzt natürlich hinten raus die Kreuz 10 verliere. Aber das ist kein Thema, wenn du schon genug hast. Oh nee, doch nicht. Kriege ich sogar noch hier 14 Augen. Naja. Okay, da war wohl dann Spieler 2 auch nicht ganz sicher, ob noch ein Trumpf draußen war. Hatte nicht mehr so genau mitgezählt. Wusste auch, dass es nur noch ums Schneider frei ging und hat dann diesen Stich mitgenommen. Gut. Also, der erste Schüttelmoment, sage ich jetzt mal, ist vorbeigegangen. Ist an mir vorübergegangen, dieser Kelch. Ich kann also ein wenig weiter attackieren. So, hier sehen wir, dass der Spieler offenbar maximal 2 Buben hat. Und das Ganze ohne den alten. Sonst hätte er hier sicher einmal hingelangt. Aber er bekommt den Doppelläufer in Herz. 28 plus 15 in Kreuz. Also hätte schlechter laufen können für ihn. Karo muss auch bedient werden. Ja, jetzt ist er auch schon so weit, dass er sich dann doch traut, den Buben auszuspielen. Klar, das Spiel ist jetzt natürlich gewonnen, so oder so. Und ja, das war jetzt natürlich wieder sehr dankbar von Spieler 2 aus Ass König auszuspielen. Ja, da sitzt der Spieler tatsächlich hier in der bestellten Karo 10 und dem bestellten Pieckstich. Aber gewinnt trotzdem nur mit 85. Also mit anderen Worten rausgekommen sind wir alle mal. Tja, was haben wir denn hier? Ein bisschen dünn, ein bisschen dünn. Na, ich sag mal so. Rocket. Ne, es ist wirklich zu dünn. Ohne 3. Klar, wenn ich jetzt den 6. Trumpf finde, am liebsten noch Trumpf 10 oder so. Dann kann es was werden. Wenn aber nicht, dann ist es auch schnell ziemlich katastrophal. Wer in der Mittelhand wollte auch spielen, hat also auch ein Gebot. Dann, sag ich mal, höre ich auf meinen Bauch. Versuche hier ein wenig länger sauber zu bleiben, zu Null zu spielen. Ja, eine Nuance, ne? Wenn da wenigstens ein voller in Herz oder Karo gewesen wäre. So, nun gucken wir aber mal, was jetzt hier geht. Okay. Herangekommen. Interessant. Gut mit zwei Trumpf. Jetzt versuche ich natürlich meinen Partner wieder anzuspielen, damit ich in Karo, wenn es geht, stechen kann. Beute machen kann. Mhm. Dann könnte es natürlich so sein, dass der Alleinspieler Pik Doppel-Lusche hat. Ne, das ist nicht der Fall. Ein Pik, ein Karo. Bei nur 6 Trumpf bedeutet das, dass er zwei Kreuzen hat. Und zwar Lusche 10 offenbar, wo mein Partner die 8 mal hat. Ne, habe ich mich vertan. Guck mal, genau das meinte ich doch. Präzise mitzählen, dann war es ein 7-Trümpfer. Dann, ähm, ich selber hatte ... Ach, ist ja auch egal. Ähm, da kommt es halt vor. Das passiert nicht oder seltener, sage ich jetzt mal, wenn ich voll fokussiert bin, das Ganze nicht kommentiere. Aber, was soll es denn? Ging ja um nix. Ja, da sind dann die Momente, du siehst erst die drei alten, bist euphorisch und denn merkst du, dass du gar nicht so einfach rankommst. Ein Kreuz kann ich natürlich reizen. Allerdings, wenn es geht, sollte jetzt schon was drin liegen. Das ist nämlich in der Beikarte ausgesprochen bescheiden. Am liebsten natürlich den 7. Trumpf. Das war jetzt gar nichts. Das kann jetzt natürlich heikel werden. Wenn vier Trumpf stehen, ist das Spiel fast überhaupt nicht zu gewinnen. Und ansonsten wird es allemal, ja, knapp, sage ich jetzt mal. Haben wir schon mal Glück, dass Spieler 2 unterm Ass spielt. Gut, ich kann jetzt nicht irgendwelche Überstiche zulassen. Abwürfe habe ich auch nicht. So, Trumpf steht schon mal nicht zu viert. Das ist gut. Jetzt darf halt Caro, wenn es geht, auch nicht zu dritt stehen. Versuchen wir es nochmal hier mit dem Zwischenzucht-Dame. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann ist schon Rest bei mir. Hat also sich alles günstig wiederentwickelt. Da Caro 10 stand, Beispiele 1 zu dritt, da hat er aber die Lusche abgetragen. Und damit fiel natürlich fast automatisch dieser 21er Stich. Also das hätte schlimmer kommen können. Allerdings, wenn Pigasse nicht direkt rauskommt, dann wird es wohl auch nicht gehen. Von daher mit den drei Alten lässt es sich nunmal zu Recht ein wenig höher reizen und meistens auch entspannt gewinnen. Tja, Kreuz. Okay. Allerweltskarte. Greifen wir mal rein in den Drilling. Ja, ich sag mal so, wahrscheinlich ist die 10 gedrückt. Wenn nicht, dann bleibt er in der Hinterhand. Ich gehe mal rauf in der Hoffnung, die 10 ist gedrückt. Er schmeißt trotzdem ab. Dann hat er wahrscheinlich einen Peak gehabt, einen Caro. Dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass er noch auf Herz Ass Lusche oder sowas steht. Also von daher die Peak Lusche, der 6. Peak, wo die 10 im Keller ist, kommt vielleicht doch zu früh. Lieber nochmal versuchen in Herz eine Fehl abzugreifen. Ja, nun ist es offensichtlich ein 6-Trümpfer mit 2. Dann wäre Peak 9 vielleicht doch gut gewesen. Aber eine Fehl muss er jetzt noch haben. Entweder doch noch Caro oder eben... Nein, wie gedacht, es ist jetzt unterm Herz Ass, hat er noch einen dabei gehabt. Naja, war nicht zu gewinnen. Wir sind groß raus. Alles bestens. Und Gleichstand sehe ich gerade mit Spieler 1. Natürlich zum Zeitpunkt, wo das noch nicht besonders viel aussagt. Schwupp. Na, das sieht ja nach 3 Buben aus schon wieder. Ärgerlich für meinen Trumpf Ass, aber das werde ich dann wohl nicht verteidigen können. Gut, immerhin mit Kreuz Stechfarbe erwischt. Und das sieht wie ein 7-Trümpfer aus mit Caro Ass König Lusch. Ja, so ist es auch. Feierabend Schneider. Das war ein Riesenspiel und es stand auch noch sehr artig. Hm. Ne, das ist nichts. Zwei Buben siehst du zuerst am linken Rand aufblitzen, aber dann die Enttäuschung, wenn das Blatt weiter... ... und nur eine einzige volle findet in der Caro 10. So, jetzt wird er noch Kreuz gespielt, wo ich nur 3 Trumpf habe. So, dann wollen wir mal hoffen, dass Herz blank ausgespielt war. Das kann natürlich gut sein. Dann hat mein Partner jetzt vielleicht einen schönen Abstich. Ne, hat er nicht. Muss noch bedienen. Okay, das hätte... Ja, okay. Das ist jetzt interessant, dass der Alleinspieler hier den Trumpfstich aufgibt. Hätte er natürlich höher spielen können, dann mache ich nur einen Stich. Andererseits ist jetzt natürlich auch klar, jetzt ist es amtlich 7-Trümpfer, Herz Ass 10. Also er hat nur noch eine Faule. Vielleicht ist es Karolusche. Nein, dann muss er einen Pik noch haben. Das bedeutet aber, dass wir natürlich so oder so das Spiel hier leider nicht gewinnen können. Das waren zwei Abklappspiele, aber jetzt werde ich mich auch mal wieder einreihen in die Riege derer, die ein gutes Spiel vortragen. So, wollen wir den als Granghand machen? Theoretisch sehr unwahrscheinlich, dass das Spiel verloren wird. Da müsste ja alles zum... alles schlimm kommen. Eher wahrscheinlich, dass ich Schneider spiele. Also machen wir den Granghand. Klären auch gleich Karo. Wunderbar, 21 gefallen. Jetzt darf nur nicht der Pik König im Dritt stehen. Und das ist auch nicht der Fall. Also das sind Spiele, die mir gefallen. Granghand mit Reinschneider, die trage ich vor wie fast kein Zweiter. Naja, außer euch natürlich. So, und damit die Führung übernommen mit einem großen Spiel. Schmeiß ich quasi Spieler 1 den Federhandschuh hin. Hier, nimm das. Und der ist auch erstmal beeindruckt. Ja, 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 ja. Karo, 4 dagegen. Blanke Kreuz 10 ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Mein Partner geht auch ran wie Blücher. Verliert allerdings hier Herz 10. Schade. Jetzt hätte er doch... Uh, das war gut. Ich denke noch, warum bleibt er jetzt nicht bei Herz? Er hätte ihm Zweifel die Kreuz 10 abgeworfen. Aber so ist natürlich supergeil. Blanke Kreuz 10 in Hinterhand gerettet. Damit würde ich sagen, ist das Schicksal dieses Spiels besiegelt. Das wird jetzt wohl nicht mehr funktionieren. So, einmal hat er schon gestochen, sondern gezogen. Naja, ich bekomme ja auf jeden Fall das Kreuz Ass zu greifen. Ich bekomme auf jeden Fall das Kreuz Ass. Mein Partner sich dann noch gesträubt, die Pik 10 direkt drauf zu legen. Gut. Dann ist es eben so. Aber der Spieler verliert eben. Und damit 40 Punkte dazu. Also sehr guter Zwischenstand. Sowohl für mich als auch für Spieler 1. Nach 9 Spielen jeweils um die 400. Da kann was draus werden. Und hier ein vielversprechender Ansatz. 24 ist er auf jeden Fall wert. Sieht aber so aus, als gäbe es ein Widerstandsness. 22er Reizung. Oh, dafür habe ich aber dann verdammt komfortabel gefunden. Jetzt ist es ja schon fast wieder ein Grang, muss ich sagen. Das juckt mich ja jetzt schon mit 2,5 Farben und der 22er Reizung. Aber an sich lohnt es sich nicht, dieses Risiko einzugehen. Dann kommt Karo raus. Natürlich hat Spieler 1 beide Buben. Also mache ich doch lieber den Kreuz. Da kommt nämlich auch schon Karo raus. Denn der Kreuz hat eine gute Schneiderschance. Und der Unterschied zum Grang ist halt gar nicht so besonders hoch in den Punkten. Das heißt, der Grang, natürlich kitzelt er dich. Aber er ist im Prinzip ein unnötiges Risiko. So, Herz wird nicht gestochen. Das sieht also aus, als wären da noch beide Trümpfe. Beispiel A1. So ist es auch. Jetzt habe ich natürlich schon wieder Rest. Und setze mich hier also so ein bisschen ab. Zwei Spiele noch zu laufen. Schneider mitgenommen. 504 Punkte. Das darf so weitergehen. Ein schönes Spiel noch. Uh, aber nicht so ein schweres. Naja, volle Karte. Aber bisher nur 4 Trumpf. Aber logisch, das Ding, das bringe ich auch nicht übers Herz. Das muss noch ein bisschen gereizt werden. 18 gehalten. Ja, Pik Bube noch gefunden hat. Damit sollte es doch dann ein Grang sein. Oder sagen wir mal, damit mache ich den Grang. Mit Buben raus. Jungs kommt verteilt. Damit ist das Thema schon erledigt. In meinem Sinne natürlich. 19 und jetzt noch die vollen ziehen. Und das langt. Na gut, ich spiele jetzt auch gar nicht noch irgendwie drum rum. Schneider geht hier wohl nicht. Wo Pik auch noch zu dritt saß. Da ziehen wir einfach durch und dann schmeißen wir weg. Und schon stehen wir über 600. Läuft, meine Lieben, läuft. So habe ich es mir gewünscht. Kurz vorm Urlaub nochmal Selbstbewusstsein tanken. Die Europameisterschaft geht ja dann über 15 Serien. Da muss man also ein bisschen anders taktisch rangehen. Ganz anders, ja, ein ganz anderes Risikomanagement betreiben. Aber letztlich auch da wird Skat gespielt und du musst in die Blätter reingehen. Ohne Spiele kannst du auch nichts werden. Das ist das Schöne beim Skat. Egal was du machst, es ist immer ein Risiko. Ob du nun reizt oder ob du es lässt. Und hier haben wir einen Krang, glaube ich, mit 2 vollen im Keller. Wahrscheinlich ohne 4. Der läuft ganz entspannt. Also 7 Volle hat er wohl schon, wenn ihr mich fragt. Gibt jetzt auch auf. 88 Augen. Also auch das noch ein schöner Schlusspunkt hier für Spieler 1. Hatte ich gar nicht mehr so genau gezählt, aber er konnte mich jetzt auch nicht mehr greifen. 560. Sehr schönes Ergebnis. 602 bei mir. Sehr schönes Ergebnis. Bin also heute sauber geblieben. Und wie gesagt, dann drückt mir bitte mal die Daumen für die anstehende Europameisterschaft. Kann ich noch nicht versprechen, ob ich von da jeden Tag ein Video mache. Bin mit Familie da. Also wahrscheinlich bin ich dann mit Skatspielen und den anderen Geschichten voll ausgelastet. Aber ich werde es natürlich versuchen. Und sicher sehen wir vorher auch jetzt am Freitag noch ein Video. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bleibt am Ball in den nächsten Wochen. Wenn es ein paar Videos weniger gibt, schaut euch im Zweifel nochmal die alten Videos an. Ich habe ja inzwischen schon über 250 Stück. Also da findet ihr hoffentlich auch dann noch was. Und ja, damit bleibt mir nur zu sagen. Bis bald. Gut platt. Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020